Herzlich willkommen bei den März-April-News von Möbelmaler, der Weltstadt des Wohnens. Unser neuer Mieter, Modepark Röther, eröffnet ein Modefachgeschäft auf 8000 Quadratmetern Fläche mit über 300 Modemarken. Und das feiern wir mit, mit 40% Rabatt auf Ihren Möbel- und Küchenkauf. Besuchen Sie in den Osterferien unseren Ostermarkt und bringen Sie Ihre Kinder zu uns ins Kinderland. Wir haben viele Oster- und Bastelaktionen für Ihre Kleinen. Nutzen Sie jetzt die Chance und sichern Sie sich tolle Schnäppchen bei uns im Abverkauf, sowohl Möbel als auch Küchen. Wir brauchen Platz wegen Sortimentswechsel und für unseren neuen Mieter Modepark Röther. Jetzt Mitglied im Möbelmaler Wohnfreunde Club werden und von zahlreichen Clubvorteilen profitieren. Das war's von den Möbelmaler News. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Die Weltstadt des Wohnens. Möbelmaler.